So meine Lieben, jetzt folgt nochmal ein Vitrinen-Video, Roritäten-Vitrinen-Video, weil ich habe die Vitrine wieder anders eingeräumt, weil hier kommt ja ständig neues Zeug zusammen. Also die platzt langsam aus allen Nähten, weil mir gefällt das jetzt gar nicht, wie ich das so eingeräumt habe, weil man kann es teilweise nicht sehen. Also ich muss definitiv mal anbauen. Also das wird irgendwann mal echt der Fall werden. Ich versuche das jetzt nochmal in einem minimalen Schnelldurchgang irgendwie mal zu machen, das halbwegs gut aufzunehmen, weil man kann es halt wie gesagt teilweise auch nicht mehr sehen, was das so ist. So, ich fange jetzt einfach mal die Tanks in der Ecke an, mal gucken, ob das geht von der Qualität her, aber das soll doch eigentlich passen. Hier ist das RUMS-Sortiment, das ist ja auch ein Neuzugang, habe ich jetzt schon seit 14 Tagen oder so. Drei Wochen, 14 Tage irgendwie. Ist eigentlich das größere Set wie, also hier vom Kompakt-Sortiment, was dann auch da mitkommt im Video. Da hinten in der Ecke oben, dieser Schinken, das ist der Packet-Cracker-Schinken von Keller. Die hatte ich ja schon mal vorgestellt, hier in irgendeinem Unboxing erst vor kurzem. Ähm, sind diese älteren Knallmatten von 1999, maximal 2005, so, also bis 2005. Äh, hier, das ist eine Alligator-Batterie, ähm, die hat eine BAM-P2. Die habe ich schon, ja, keine Ahnung, wie viele Tischjahre. So, hier, ein Blumenstrauß-Dörnerhall-Raketen-Pico, die letzte Produktion von Silberhütte. Silberhütte, ja, genau, Silberhütte, und dann ging das ja alles ein paar runter. Die ist so 2000, vielleicht noch 2001, keine Ahnung. Ältere Cubis da hinten, äh, die haben schon F2, aber die Verarbeitung ist noch okay. Und die haben noch 5,6 Gramm oder so, so, irgendwie so komisch. So, hier unten, der Schinken da, China-Böller-D-Schinken, Komet, hat noch BAM-P2. Das ist, glaube ich, die letzte Ausführung. Könnt ihr aber jetzt leider nicht sehen. Der hat definitiv BAM-P2, weil ich hatte einen Fonzen nochmal in der Hand, weil ich ihn umgedreht habe, wegen hier oben einbauen. So, hier eine Herkules-Sprühfontäne. Ähm, das war mal ein Dachboden-Fund bei der Oma damals, wo ich im Urlaub war, hatte ich auch schon mal mit vorgestellt. Könnt ihr mal gucken im Kanal. Line of Fire, eine Knister-Kometen-Batterie, Raritäten-Fund beim letzten Einkauf, letzten Jahres in dem Feuerwerksladen von dem bekannten Pyrotechniker von mir. Hab ich mir natürlich gleich geordert, aber 15 Euro hab ich halt nicht bezahlt, ne, weil ich krieg da immer so ein bisschen Rabatt. So, hier oben die Dragon Blood, schon F2, aber die gibt es halt auch nicht mehr für den Pico. Eine Spitzen-Batterie. Hab ich schon mal von meinem Bürokollegen mal bekommen. Die hat er mir einfach mal hingeschmissen. Hier, ich schenkst du dir für deine Sammlung. Auch gut, ne geile Batterie. So, hier die Dragon Fire. Leider etwas eingebaut. Eine Spitzen-Batterie BAM-P2 gab es damals im Lidl und im Kaufland. Ich hab sie immer im Lidl geholt. Für 7,99 Euro oder 8,99 Euro ungefähr so. Naja, 2007, 2008 oder 2009. Die war ja eine ganze Weile im Umlauf. Bis sie dann die ab, also vom Markt genommen haben, warum auch immer. 30 mm Räder. Ich hab die damals immer auseinandergenommen und hab dann immer einzelne Bombenrohre draus gemacht. Weil die hat halt auch ein riesen Bouquet und ein sehr lauten Zerleger. Also das ist eine Spitzen-Batterie gewesen. Rego BAM-P2. So, Fox Firework Superboller 2. Kannte ich bis letzten Jahres auch noch nicht. Das war glaube ich Büroart-Handel Berlin. Aber ich kann das jetzt gar nicht so wirklich mehr sehen, weil da steht blöde. Ist auch schon eine Rorität. Hat schon, wie gesagt, beim F2. So, da hinten hier, wenn ihr das sehen könnt, das ist der... Oh Gott. Also der A-Schinken hier. Masters of Fire. Beim B2. Hier Schinken. Masters of Fire. Schienak-Kräger-Bernstark. Die haben eigentlich eine gute Verarbeitung, eine relativ dicke Wandung noch. Und die schnipsen auch noch. Kommt definitiv das Wochenende hier ein Vorfreude-Video. Wenn, also wenn nicht dazwischen kommen, wenn sich da keine Leute beschweren, in einem alten Steinbruch. Da hab ich auch für die Frau, für meine Frau ohne was hier vorbereitet. Also dann schießen kann, so ein altes Fondänen-Sortiment. Genau. Hier. Sternraketen. Sechs Stück. Eine musste ich gestern abdrücken, meinen Bürokollegen. Aber der hat sich auch sehr drüber gefreut, weil er hat mir halt auch Zeug von sich mitgebracht. Das war so eine Art Tausch. War eigentlich ganz gut. Ist ein bisschen was raus aus der Vitrine. Und wieder ein neues Zeug rein. So, genau. Das sind ja sechs Stück verschiedene. Ursprünglich waren sieben. Aber wie gesagt, die, ja, hab ich ja einige etwas höppelt. Und dann ist das ja auch nicht so weiter schlimm. Kann man mal eine abdrücken. Also, aber die restlichen Sechse hab ich definitiv auch. Das war mal ein Fond bei irgendwie einer Beräumung. Damals vor zwei, drei Jahren oder so. Hier habt ihr die Preise noch drauf. Ja, EVP, 2,30 Mark. Gut. So, hier eine Sternrakete. VEGO, altes Wormzeichen, oder? Müsste alt sein. BAMP-2 ist auch so 95 vielleicht. Mit Euro-Fennish-Pfeifer. Hab ich auch mal gefunden in einer alten Wohnung. Also Wohnungsberäumung. So, jetzt sind wir jetzt durch. Ja, ne? Gut, sind wir. So, hier, das hab ich euch schon mal gezeigt. Aber es ist nicht weiter schlimm, wenn wir es immer mit der Preise mach ich es nochmal. Weil hier kam ja wirklich wieder neues Zeug zu. Also hier, hier rein. Ähm, Sky-Bressel. Die Packung ist noch halb voll. So 80er Jahre Design geh ich mal davon aus. So, da hinten hier, da sind ungefähr zwei Schinken China-Böller A. Ja, nur offen aufgebaut. Oder wenn ich sogar noch mehr, zweieinhalb Schinken vielleicht hier. Alle China-Böller A. Brummkreisel, die kamen, ne? Ja, die hab ich jetzt schon ein paar Monate. Hab mir mal der Kollege auch mal mitgebracht. Bondbridge. Piratenknaller mit Blitzsatz. Ähm, hab ich auch schon ziemlich lange jetzt. Also hier ist das Compact-Sortiment von Vego mit Sachsenfeuerwerk-Logo eigentlich. Ja genau, das kann man aber jetzt nicht sehen. Aber ich zeig's euch jetzt mal hier vorne. Hier ist das Sachsenfeuerwerk-Logo. Weil das Compact-Sortiment, das hab ich dreimal. Na, das hab ich mir geordert. Weil die Dinger werden ja immer knapper auf dem Markt. Und Knappheit regelt den Preis, ne? Kennen wir. So hier, das ist eigentlich richtig geil. Das hab ich letzte Woche von dem Träutelmarkt. Da kam einer zu mir, weil der kennt mich auch. Ähm, das sind 100 Schuss-Brenner von 1986. Na, das hab ich bekommen für einen lächerlichen Preis. Also ich hab da auch nicht gehandelt. Keur nix. War sehr, sehr günstig. Im Internet viel, viel teurer, ne? Ebay und was weiß ich. Finde ich übelst geil, die Teile. Ganzes Display. So. Ähm, Bonn-Britz-Vulkane. Die hatte ich ja schon mal vorgestellt. Das war eine Zugabe von meiner Bestellung. Vom Kollegen. Na, die sind auch schon etwas älter. Wenn die sogar schon ein bisschen sehr alt. Keine Ahnung. Ich kannte die bis dato auch noch nicht. Ähm, hier nochmal der Nico-Vulkan hier. Für die Leute, die es interessiert hier. Ähm, auch schon etwas älter. Es müsste, naja, so kurz vor 2000, nach 2000 sein. Aus irgendeinem Set. Also ein Prisch-Set wahrscheinlich. In Cirkelblitz. Kometa. Hier vor euch. Gibt's schon lange nicht mehr. Schon ein paar Jahre. Es sei denn, man findet ihn noch in irgendeinem Wirtnamesen-Keller oder was weiß ich im Lager. Muss man gucken. So, hier, ähm, Superballer 2, Superballer 1, China Baller Day. Ähm, folgt auch ein Raritäten-Video. Wird ziemlich lang werden. Jetzt dieses Wochenende, wenn's klappt. Und es kommt dann nichts dazwischen, dass sich der Kenner beschwert. Weil das sind einige Packungen. Die teste ich aber alle komplett. Na, und nicht bis ein oder zwei aus einer Packung. So wie das manche hier YouTuber packen. Nein, ich mach die alle komplett dann hier. Ähm, genau. Ja, da müsst ihr euch mal überreichen lassen. Ja, perfekt. Was, ist Wochenende jetzt. So, hier ist auch nochmal mein Gepack-Sortiment. China Baller Bay. Ha, das sind die letzten zwei Packungen, die ich hab. Aber hier kommt nochmal ein Neuzugang mit rein. Der ist schon auf meiner Bestelltiste, aber... Von, von, von... ...Talement Ideena. Ist aber nicht schlimm. Die sehen so ähnlich aus. Also, so ähnlich jetzt wie die Wego. So, hier unten geht's noch weiter. Da hinten liegen noch ältere oder alte hier. Super Baller 1 und China Baller Day-Packchen. Übergangs-Logo. So um 95 rum. Ältere Luftschlangen. 90er Jahre Luftschlangen da hinten. Hab ich auch mal mitgenommen vom Drittelmarkt für ein paar Cent. Hier eine Luftschlangen-Display. Das sind 70er Jahre Luftschlangen. Ziemlich fett auch noch. So, hier. Die Fontänen-Sets. Zwei verschiedene. Beziehungsweise es ist der gleiche Inhalt. War mal ein Dachboten-Fund bei meiner Oma oben, wo wir da gehaust haben im Urlaub. Genau, so hier so ein bisschen Cat 1 und F2-Zeug. Aufstiegseffekte in Cat 1 oder BAM-P1. Tolle Biene, man kennt's noch. Ich kenn's noch aus der Schulzeit. Klassenabgang. Hab ich die Dinger immer im Kiosk geholt. Für 1,50 Mark. Irgendwo in Sachsen damals. So Silberkreisel auch vom Gelegen. Nachtfalter war auch der Dachboten-Fund. Büro-Pirbel-Pinselstrich-Logo-Keller. Hab ich vom Kollegen. Hier noch ein paar älteren Schussknaller. Also hier für die Pistolen, für die Kids. Ja, mir hat das damals nicht so gefallen. So, DDR-Konfetti hier unten. Gehört zwar eigentlich nie hier rein. Da hinten eine Handgranate, beziehungsweise ein alter Nebelwurf-Körper mit russischer Schrift. Auf dem Grötelmarkt für 3 oder 4 Euro damals mitgenommen. Ich dachte erst, das wäre eine Handgranate. Aber zum Glück war es keine, weil sie es hättest du nämlich stehen lassen. So, hier Partyknaller. Fand ich auch gut. Und jetzt auch um 2000 mit Minselstrich-Logo-Keller. Verschiedene Wunderkerzen. Beim P1 noch. Ja, hab ich ja schon mal gezeigt hier. Hier ein mega fettes, geiles Design. Polar. Könnte noch 80er Jahre sein. Oder Ende der 80er. Keller-Spurier. Lego Kingsplay. Ja, so. Was haben wir jetzt nochmal hier? Hier muss ich auch nochmal ein bisschen gucken. Aber das ist jetzt so ein bisschen einzelnes Zeug. Naja, müsste ich rein theoretisch mal abdecken oder so. Weil ich mag das nicht, wenn die Zinschnüre alle so ein bisschen offen hier drinnen rumliegen. Aber das macht ja nichts bestimmt. Ja, das ist so hier ein Artillerie-Knallkörper B. Das habe ich schon mal von einem Arbeitskollegen bekommen hier. Das hat er bei sich schon mal in der Kiste gefunden hier. Die 4 Stück. Eigentlich sind es 5. Da hat mir ja der Kollege mal einen abgeluchst. Ist aber egal. Ich habe die ja doppelt und dreifach hier. So ein bisschen die Funke-Reihe hier hinten. Noch teilweise ältere Chorchen von 23 oder 20 oder keine Ahnung. Müsste ich mal gucken. Aber nicht jetzt. Hier liegen auch nochmal ein paar Funke-Böller rum. Erinnern mich ja auch an die 80er Jahre. Oder 90er. Knallkörper. China-Böller auch. Komet, Grün-Weiß, Pantarole. Hersteller SQ auch noch relativ gut. Hier so ein bisschen Kleinzeug. 80er Jahre. Mini-Knaller. Aus der 30er-Packung. Alles so altes Zeug. Ich kann jetzt auch nie alles öffnen. Meistens geht es wieder zu lange. Aber ist auch nicht vielleicht nicht so schlimm. Aber muss man gucken. Hier Superböller 1. Übergangs-Logo. Und die könnten sich damals noch Kanonschläge nennen. Und die Wandung, die ist ja mal mega. Zwar nicht so gut wie Funke. Aber gucken, ob man das ein bisschen sieht. Der fokussiert nämlich... Ach, ich hetze. Jetzt fokussiert er an. Ähm, ja. Sind relativ leicht. Die haben ja auch eine leichte Tömmung. Aber bestimmt auch ein bisschen Tonwände, die wo drin haben. Ich hab das jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Aber die teste ich auch. Das ist ein Pornende. Da fällt ein geiles Video. Hoffe ich mal. Wie gesagt, wenn nicht dazwischen kommt oder so. So, hier nochmal. Space Twister müsste sein 2005 oder 2007. Habe ich aber jetzt wirklich auch nicht mehr so ganz im Kopf. Weil da bin ich ehrlich. Ähm, die habe ich damals immer gekauft im Kaufland. Wo ich noch hier in der Sächsten Schweiz damals gewohnt habe. In dem Kaufland oben. Was wir da hatten. So, da hinten ein paar ekelhafte Kubis. Was heißt ekelhaft? Die sind halt schon älter. Aber halt die verarbeiten. Guckt euch das mal an. Die sehen aus, wie als hätte da einer draufgespritzt oder so. Ich weiß nicht. Also, aber egal. Ich habe die einfach mal mit reingestellt. Weil die halt auch noch übelst. Also noch die Standardsatzmenge hatten von früher. So um 5,5 bis 6 Gramm oder so. Bleistet 6,2. So, Dunder Cracker. Die einen hassen sie. Die anderen finden sie gut. Ich finde sie absolut schlecht. Hier aus diesem Silvester-Gewitter-Set hier. Ah, die klingen eigentlich wie eine Knallerbse. Aber graue, so eine komische graue Lunde haben sie. Naja gut. Ja, habe ich mir erst mal aufgehoben. Die Sander Cracker sind jetzt auch schon hier. Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, Sanderstücke. Also, hier sind wir durch, oder? Ach, hier noch ein paar ältere, äh, geiträumische Lichter. Wollte ich nicht verschießen. Hälte ich mir. Also, deswegen habe ich sie mir aufgehoben. Erstmal, weil die finde ich sie auch kaum noch. Aber das müsste glaube ich auch schon F2 sein. Ja, ja, kam kurz nach Bambi 2 raus. Alten Frosch, der ist definitiv alt. Der war bei dem Pfund mit dabei, hier, ähm, äh, den, 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 oh Gott, hier diesen Wohnungsbereimungspfund, so rum. So, hier sind wir durch, hoffe ich mal. Wenn ich was vergessen habe, bitte Beschwerden in die Kommentare rein, no? So, ihr Lieben. Jetzt kommen wir mal nochmal hier zu. Hier muss ich dann kleiner machen, was mit reinlegen, weil hier fehlt nämlich noch ein Inhalt. Aber das werde ich jetzt gleich mal mitmachen. In kurzem Cut. So, ich habe nämlich jetzt mal meinen Toyzugang mit reingelegt hier. Habe ich jetzt auch schon in Videofunk gemacht. Ähm, genau, das ist das Clowns, ne? Und die alten, also die älteren Koboldbombetten, damals Kingsplay, sind glaube ich die ersten, die rauskamen. Beim Aufstiegseffekt Bumpe 1. Wirklich cool, aber da muss man schnell hochgucken, weil die verbrennen ja sofort oben. Genau, hier kann ich euch nochmal mitzeigen. Ich hatte es ja schon mal gezeigt, aber es ist nicht mal noch schlimm. Das sind China-Baller, die dreht da hinten. Und die Blizzard-Knaller aus dem Gravum-Sortiment von, 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 von Komet. Genau, teilweise Bumpe 2 noch. Also die sind ja noch richtig gut gekrempelt. Die haben ja auch noch eine gute Fandung. Die sind F2 schon, aber echt schlecht. Die blöppen bloß. Ja, hier, das sind 80er Jahre, Corsair-Knaller. Aber für einen österreichischen Markt damals hergestellt, bin ich jetzt der Meinung. Habe ich gestern auch an den Bürokollegen abgegeben. So, hier geht es weiter. Brigallen, Sachsen-Knaller, Harzer-Knaller, Blitzschläge, Powercracker. Filou, die ist noch komplett voll. Gebe ich nicht mehr her. Ja, Piccolo-Corsair, 70er Jahre-Knaller oder 80er schon. Silberknaller, Silberwirbel. Auch gut. So sah das ja damals aus. Na, das ist auch so ein 90er schon. Vielleicht schon ein 80er, aber ich gehe mal davon aus, dass das schon ein 90er ist. Hier, Mini-Corsair, 60 Stück jeweils drin, für den österreichischen Markt nur produziert. In Deutschland war es verboten. Na gut, was ist denn hier nicht verboten? So, hier, die Lio-Change ist das hier? Müsste das sein? Beziehungsweise, nee, Quatsch, ist es ein Tisch. Das sind ja die Keller, glaube ich. Ähm, Sander-Cracker, Bonbridge, wie die Schiener-Knaller von Breko-Altz. Hier, einzelne Mini-Knaller mit der grauen, blöden Kreuz, gefährlich. Die zünden sofort durch. Aber die lasst du. Und hier habe ich bloß einmal Büro-Cracker als ein Grau-Wum-Set, Super-Crackers, alte Bengale-Hölzer als Riese. So, haben wir hier hinten noch was. Hier ein altes Bleigießen. Wenn ist es noch mit Blei oder Zinn. Weil für Blei ist es ein bisschen zu hellgräulich. Hm, keine Ahnung. Hier hinten Pararude, äh, Parakude. Ach, keine Ahnung, was das ist. Red Landerne oder so. Oder, keine Ahnung, mit Knall. Wahrscheinlich hier zu lecker. Der Satanskracker da hinten von Schickl Österreich, schon lange nicht mehr auf dem Markt. Exploder, das sind Reibe-Knaller. Bühre-Bettorte, die haben noch Reibe-Köpf. Auch schon etwas älter. Hinten nochmal ein Display. Einfach klasse. Niko-Feuerwerk. Eigentlich Bonn-Britschen. Bindeknaller mit Flash. Keller. Äh, knallziehen. Bonbon-Schnüre. Hinten nochmal ein Clown 1. Hier unten Kids-Party. Ein Top-Tischfeuerwerks-Sortiment, wie man es damals kannte. Ach ja, Mann, habe ich hier drin viel Zeug. Ey, was ist denn jetzt das dort hinten? Also, Reibe-Knaller. Naja, haben glaube ich schon einen F2. Snappy, Kingsplay, alte Knallerbsen. Hebe ich auch auf, wie gesagt. Alles, was hier drin ist, hebe ich jetzt so auf. So, hier. Bambi 1, ähm, für die, für die, ihr bricht schon. Hier, graue Lunde, China-Kracher, aber die haben, glaube ich, Blitzsatz. Das sind 80er Jahre China-Knaller, aber die haben Gips. Hier, 80er Jahre Corsair-Knaller, 20 Stück in der Packung. Hier sind 10 Stück drin, also die Dinger sind schon heftig. Die Schwänze funktionieren. Hier auch nochmal Blitz-Kracher, China-Kracher mit Flash. Erst die Lio-Charge Keller. Oder war das? Ich muss mal kurz was gucken. Ja, das waren die. Das ist die Lio-Charge China-Knaller Keller. Ja, auch nochmal so ein bisschen China-Baller-Bee, aber auch noch gut. Die haben noch eine fette Wandung. Harzer, sag ich mal. Da kann man ein bisschen rumharzen. Die alten Rumharzer. So. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Und dann, ach so. Ich weiß nicht, für die Leute, die noch bis zum Schluss gucken, das wird morgen auch noch mit verbraten. In einem Steinbruch. Wenn es, wie gesagt, funktioniert, habe ich doppelt und dreifach da. Bumpe 2 aus dem Grabbum-Set. Damals von Komet. Ja, es sind nicht mehr ganz so gut. Die Wandung, gut. Da kann man sich drüber streiten, aber mal gucken. Ob das morgen funktioniert. Da kommen dann drei Videos wahrscheinlich rein. Oder ich verbinde das mit dem anderen noch hier. Da musst du mal gucken. Also es werden längere Videos werden. Könnt ihr ja vorspulen. Und dann müsst ihr mal gucken. Hier, das ist auch noch hier Funke. Das ist die Charge 20D. Also auch schon etwas älter. Also 2020. Die hebe ich aber auch auf. Und hier, die zeige ich euch morgen auch nochmal. Und die Studie-Bumpe 2-Packung werde ich komplett verschießen. Erst dann mache ich mir ein Gesamtbild. Und dann werde ich das auch mit rein sprechen ins Video. So, nochmal schnell durchgang hier. Und dann ist das eigentlich okay. Ist schon richtig geil, dass die Vitrine. Aber da habe ich noch wenig ist. Im Gegensatz zu manchen anderen Leuten. Also gut. 22 Minuten schon wieder. Ich bedanke mich fürs Video schauen. Und schreibt Kommentare, wenn ihr wollt. Und es passt schon. Alles klar, ihr Lieben. Bis dahin. Und ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.